Reden wir über Pranky. Ich glaube, die meisten Leute kennen Pranky hier. Pranky ist eine Person, die schon einmal letztens ein Video gemacht hat über mich. Und ich habe darauf reacted, auf dieses Video. Das haben wir uns angeschaut und es war so fucking lustig. Ich glaube, dass wir die ganze Zeit durchgelacht haben, wie lost das war. Da hat er sich komplett lächerlich gemacht, weil er die ganze Zeit irgendwie gesagt hat, also ich vertrete Neurechte-Narrative. Also Neurechte, für alle, die nicht wissen, was die Neurechte ist. Neurechte sind Leute, zum Beispiel die zu Höcke gehören. Neurechte sind identitäre Bewegung. Neurechte sind irgendwie irgendwelche Nazi-Verbände und so. Das heißt, der hat mir unterstellt, dass ich Neurechte-Propaganda mache quasi. Gab es da Belege für diese These? Natürlich nicht. Nicht? Natürlich nicht. Es gab keinen einzigen Beleg für diese These. Deswegen ist das Video, ihr könnt es euch auf YouTube anschauen, deswegen ist das Video meiner Reaction auf ihn, ist einfach fucking lustig. Ja, weil wir stehen einfach da und sagen die ganze Zeit so einfach, what the fuck redet der Typ. Hat mich Rechtspopulist genannt. Hat gesagt, ich bin ein Rechtspopulist. Okay. Vergessen wir aber nicht, dass das gleichzeitig ein Typ ist, der sich für den Vorstand von Die Linke beworben hat. Ja. Und dort hat er sich das T-Shirt, könnt ihr euch erinnern, ein T-Shirt angezogen, auf dem Socialism steht. Ja. Obwohl der Typ in allen möglichen Gesprächen mit mir schon oft gesagt hat, dass er gar nicht so für demokratischen, dass er für Sozialismus für total lost hält und sich einfach denkt, Sozialismus, das funktioniert doch überhaupt nicht, ja. Aber demokratischen Sozialismus findet er schon okay, weil demokratischer Sozialismus hingegen ist, glaube ich, für ihn, was er sich unter Sozialdemokratie vorstellt. Also so Kapitalismus ist an der Macht und der Typ hat dann einfach so ein bisschen so Hartz IV und so für Leute, dann passt alles, ja. Kann ich mir vorstellen, dass er das versteht. Oder er ist einfach ein so unglaublicher Karrierist, dass er einfach seine eigene Partei verarscht. Dass er einfach dorthin geht und bei seiner Bewerbung einfach oben steht und ein Socialism-T-Shirt trägt und sagt, hoffentlich kommt mir niemand drauf, ja. Aber ich glaube, nach drei, vier Gesprächen, die ich schon mit ihm geführt habe, ist ganz klar, wer er ist, nachdem er mir ja schon erklärt hat, also das Risiko für den Arbeitgeber und sein CDU-Chef und der, die haben einen Skatepark gebaut und so. Also wir kennen ihn von, und vor allem kennen wir den geilen Ausspruch von ihm. Nein, wir leben nicht im Kapitalismus. Ja, das ist einfach, das ist einfach, wir leben nicht im Kapitalismus. Ja, das ist Pranky. Pranky hat gestreamt, jetzt streamt er nicht mehr, Gott sei Dank. Ich finde es gut, dass er nicht mehr streamt, das ist nichts für ihn. Das ist natürlich ein Witz. Aber, ja, ich muss mich ein bisschen lustig machen, weil jetzt wird es lustig. Jetzt passt es auf, was er Neues, jetzt passt mal auf, was jetzt Neues gekommen ist, was er sich heute geleistet hat. Beziehungsweise, ja, er hat sich das heute geleistet. Aber es hat schon gestern angefangen. Pranky hat mich nämlich gestern auf Twitch angewispert, das hat er noch nie gemacht. Er hat mir eine Privatnachricht auf Twitch geschickt. Okay? Hat mich angewispert und hat zu mir gesagt, dass ich euch darüber informieren soll, dass ihr nicht E-Mails an seine Privatadresse schreiben sollt. Das Lustige ist, er hat mich geblockt auf Twitch. Das heißt, er hat mir diese Nachricht geschrieben und ich kann ihm nicht mal antworten. Das heißt, er hat mir eine Geheimnachricht geschrieben, um zu mir zu sagen, red mal mit deinen Leuten und dann hat er mich geblockt. Okay, so weit, so gut. Der Punkt ist, das war dann noch nicht alles. Das war dann noch nicht alles. Das war dann noch nicht alles. Ich habe auch schon eine Whisper von Pranky bekommen. Pass auf, das ist jetzt noch nicht alles. Sondern dann hat er meine Mods angeschrieben. Und dann hat er meine Mods gefragt, ihnen das Gleiche gesagt. Er hat gesagt, ich will, dass Erwin im Stream Position bezieht und seinen Leuten sagt, dass man E-Mails nicht auf Privatadressen schreibt. Also Privat-E-Mail-Adressen. Sondern nur auf geschäftliche. Und da haben mich die Mods gefragt, haben gesagt, ja, was sollen wir jetzt machen? Willst du das sagen im Stream? Habe ich gesagt, nein, es geht mich genauer den Scheiß an. Es interessiert mich null. Es ist mir vollkommen egal. Keine Ahnung, der Typ kommt einfach her und sagt, hey, rede darüber im Stream. Ich habe doch keine Ahnung. Ich meine, der Typ könnte doch erfunden haben, diese E-Mail. Ich sage nicht, dass er es getan hat. Ich habe keine Ahnung. Ich habe diese E-Mail nie gesehen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon er redet. Der Typ kann das erfunden haben. Es kann sein, dass diese E-Mail überhaupt nicht von Leuten aus meiner Community kommt. Es kann sein, dass, ich habe keine Ahnung, du kannst nicht einfach zu einem Creator hingehen und einfach zu dem sagen, hey, yo, in deinem nächsten Stream sag gefälligst das und das. Ich weiß, ich weiß. Wir haben schon oft herausgestellt, dass Pranky ganz harte autoritäre Züge hat. Und dass Pranky wirklich gerne über alles bestimmen wollen würde. Und dass er einfach sehr gerne irgendwie da Chef wäre. Ich glaube, deswegen ist er in die Politik gegangen, weil er sieht sich, glaube ich, ich glaube, er sieht sich so an der Spitze irgendwo eines Landes, wo er kein Rechter ist, sondern ein Linker, weil die Linken sind gut. Und dann ist er ein Linker, aber er benimmt sich wie ein Rechter, weil er ist sehr autoritär und alle müssen tun, was er sagt. Ich weiß nicht, dass Pranky ein Einzelkind ist, er benimmt sich auf jeden Fall wie eins. Aber, warte, 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 warte. Das ist erst der Anfang. Ich versuche, euch nur einzuführen. Warte mal, jetzt geht es los. Ja, jetzt geht es los. Er schreibt meinen Mod an. Okay, er schreibt meinen Mod an. Das wird eine Rolle spielen, das er ihn angeschrieben hat, weil Pranky ist öffentlich gegangen mit all diesen Sachen, um mich zu diskreditieren. Und wir können uns das jetzt alle anschauen, was dann passiert. Okay? So. Pranky, ich erzähle euch, was passiert ist. Pranky hat um eine Konversation gebeten. Es wurde ihm geantwortet, es wurde gesagt, was brauchst du. Pranky hat dann gesagt, dass er eine Nachricht bekommen hat, dass er eine Mail bekommen hat auf seine Privatadresse. Ja? Ja, hat das links und er hat einfach gesagt, dass das, ja, dass wir das einfach, dass ich das, er würde sich, also er hat da geschrieben, das gleiche, was er bei mir auch geschrieben hat, dass er will, dass ich euch meiner Community und meinen Zuschauern sage, dass das nicht in Ordnung ist. Ja? Nicht in Ordnung, Leute. Nicht in Ordnung. Ja? Pranky-Mails zu schreiben auf seine, da private E-Mail-Adresse. Ja? So, und dann hat mein Mod gesagt zu ihm, dass das nicht in Ordnung ist, natürlich, und dass das nicht von einem Prinz aus Afrika den Geld schenken will. Nein, aber der hat dann einfach gesagt, ja, wir helfen dir, wenn du uns zeigst, wer der Inhalt ist, also was der Inhalt ist, wer der Sender ist, was ist das, vielleicht können wir das aufklären, wer dir das geschickt hat, ja. Und es wird ihm auch so vorgeschlagen, dass man ihm hilft, dass man da zusammen daran arbeitet, herauszufinden, wer das war und was los ist. Ja? Pranky sagt nein. Pranky lehnt die Hilfe ab, sagt einfach nein, und er wartet aber darauf, dass ich das tue, was er gesagt hat, das ich tue. Nämlich, dass ich einfach den Leuten erzähle, dass es nicht gut ist, dass er Pranky sie mir schickt. Okay. Und es ist ein Kritikschreiben, es geht um ein Kritikschreiben, ja, und ich glaube, da wurde irgendwie auch so ein Brief geschrieben. Ich glaube, es wurde dann auch der Brief sogar gezeigt, dass es den wirklich gibt und irgendwas, und ich weiß nicht, ob das vorgekommen ist, ob der Brief wirklich geschert wurde, also ob die Leute ihn gesehen haben, das kann ich nicht sagen. Ich bin nicht informiert. Genau. Und Pranky will aber nur wissen, wie wir uns entscheiden. Das heißt, Pranky nimmt keine Hilfe an, sondern Pranky möchte jetzt einfach wissen, wie wir uns entscheiden. Also sozusagen tut Prototopia, was er Prototopia aufgetragen hat, zu tun. Und dann wird ihm gesagt vom Mod, nein, wir werden nicht darauf eingehen, weil es gibt keine Beweise, dass diese Person aus unserer Reihen kommt. Es gibt überhaupt keine Anzeichen von Drohungen oder irgendwelchen Absichten, der Person schaden zu wollen. Deswegen kann man, also wird auch gesagt, so von den Mods, deswegen kann man ja die Person selber anschreiben und sagen, bitte, das ist hier eine private Adresse, schreib mich bitte hier nicht mehr an, das interessiert mich nicht, was du redest. Okay. Und hat man gesagt, ja, okay, das kann man so machen. Pranky droht daraufhin, laut dem Mod, droht Pranky daraufhin, das auf Twitter zum Thema zu machen, falls nicht auf seine Forderung hineingegangen wird. Das heißt, Pranky kommt her, will mir vorschreiben, was ich in meinem Stream machen soll. Ja, wenn ich dann einfach sage, na, ich sehe das nicht so, dann sagt er, dann werde ich das auf Twitter öffentlich machen. Ja, dann werde ich auf Twitter allen erzählen, was los ist. Und dann wird ihm vom Mod empfohlen, das nicht zu tun, weil Leute auf eine schwache Handhabung mit privaten Kommunikationskanälen aufmerksam werden könnten und es nicht nur bei einer E-Mail bleiben könnte. Das heißt, mein Mod empfiehlt ihm, tu das nicht. Weil wenn Leute erfahren, dass man deine private E-Mail finden kann, dann kann es sein, dass die Leute nur dümmer drauf aufspringen und sagen, äh, wirklich? Ja, und da sagt man einfach, nein, mach das doch nicht. Ja, nein, Pranky bleibt weiter bei seinen Forderungen und fragt, ob wir als Team entschieden haben, dass der Typ das so verfahren wird, ja. Und es wird aber gefragt, mit welcher Intention du das fragst und dann wird gefragt, ob die Mods miteinbezogen waren in die Entscheidung, ja. Und dann wird die Antwort ihm verweigert und wird gesagt, nein, das ist einfach unser internes Gespräch, das geht dich gar nichts an, ja. Und deswegen geht Pranky davon aus, dass das alles von mir ausgegangen ist, wie mit ihm kommuniziert wurde und das war das Gespräch. Und heute veröffentlicht, und heute veröffentlicht Pranky einen Tweet. Heute veröffentlicht Pranky einen Tweet auf Twitter, wo er das alles thematisiert, was wir gerade besprochen haben. Aber jetzt passt mal auf, wie er das Ganze darstellt, weil ich glaube, das ist vielleicht interessant, ja. Wie er diese ganze Geschichte darstellt und was er da so macht, ja. Schauen wir uns das mal kurz an. Er sagt hier, Bitte zu Ende lesen, es ist ein Thread. Ja. Bitte zu Ende lesen, es ist wichtig, dass ihr alles erfahrt. Ein User aus der Community von Proletopia schreibt mich auf meiner privaten, nicht öffentlichen Mailadresse an und sagt, ich soll mit Proletopia entweder kooperieren oder ihn in Ruhe lassen. Verdammt nochmal, was für ein Arschloch. Was für ein Arschloch. Er hat gesagt, wir sollten entweder kooperieren oder einfach den Streit beenden. Okay, gut. Wahnsinn, unglaublich. Ja, aber gut. Dass es eine Person aus der Community von Proletopia ist, hat er noch immer nicht belegt. Das hat er noch immer nicht belegt. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Beleg dafür gesehen, dass es ein Typ aus der Proletopia-Community ist. Ich sage nicht, dass der das nicht ist. Ich sage nur, sollte man nicht, wenn man zu jemandem hingeht, wenn man zu jemandem hingeht und einfach zu ihm sagt, hey Junge, willst du nicht in deinen Streams das besprechen, was mir wichtig ist, dann solltest du mit dieser Person so kommunizieren, dass du der das schickst, dass die das sehen kann, damit sie selber entscheiden kann, ob sie daran teilnimmt oder nicht. Und nicht einfach selber hingehen als irgend so ein Präsident und einfach zu dem sagen, hey Junge, nur damit wir uns hier verstehen, du hast deinen Kanal und so, das könnte sich schnell ändern. Nicht, dass hier falsche Sachen, Eindrücke entstehen. Schau her, ich brauche von dir, dass du jetzt das und das sagst. Verstehst du? Das brauche ich jetzt von dir. Bitte sag das so und so. Okay, aber ich kenne nicht den Hintergrund. Also möchtest du nicht kooperieren, ist es das, was du sagst? Nein, ich sage einfach nur, ich habe keine Ahnung, wovon du fucking redest. Ja, mich interessiert das auch nicht. Ich verstehe nicht, warum ich auch einen halben Fick darauf geben soll, nachdem du, Dude, so, keine Ahnung, drei, vier Monate jetzt lang permanent irgendwas auf Twitter rausfetzt, wie Lost Proletopia ist. Er hat mich Schwurbeltopia die ganze Zeit genannt. Er hat mich die ganze Zeit Rechtspopulist genannt, neuer Rechter. Und ich soll einen Fick darauf geben, dass ihm jemand eine E-Mail schickt? Bruder, ich bin nicht deine Sekretärin. Ich weiß nicht, wie viel Autoritarismus man in sich haben muss, dass man glaubt, dass ich seine Sekretärin bin und einen Fick darauf gebe, wer ihm E-Mail schickt. Nein, es interessiert mich nicht, Junge, wer dir einfach die E-Mail geschickt hat. Mich interessiert es nicht, ob du E-Mails bekommst oder nicht. Das ist ein Problem deines E-Mail-Providers und von dir. Es ist mir doch egal. Und dann erzählt er aber, darauf angesprochen, teilt mir sein Head-Mod mit, dass man intern darüber beraten hat und das Thema im Stream nicht, nicht, das ist das gleiche nicht wie, wir leben nicht im Kapitalismus. Pass auf. Nein, wir leben nicht im Kapitalismus. Nicht im Kapitalismus, ja. So, das Thema im Stream nicht anbringt, da ja nicht ausgeschlossen sei, dass es sich um eine False-Flag-Aktion handelt. Richtig. Ich habe ja keine Ahnung. Ich habe ja keine Ahnung, ob Pranky sich selber diese E-Mail geschickt hat, ob jemand aus seiner Community ihm diese E-Mail geschickt hat, ob ihm jemand aus einer anderen Community, wo ich gehasst werde, die E-Mail geschickt hat, um mich zu framen, weil ich habe die fucking E-Mail nie gesehen. Ich habe ja überhaupt keine fucking Ahnung, um was es geht. Aber ich sollte dafür verurteilt werden, dass ich nicht öffentlich in meinem Stream darüber spreche, obwohl ich nicht mal eine grundsätzliche Ahnung habe und nicht eingeweiht bin und überhaupt keine Ahnung habe, worum es geht. Ich sozusagen müsste Pranky glauben. Und ich glaube, der Tag, an dem ich Pranky glaube, im Gegensatz zu seinen 63 Likes und 13 Retweets, ich hoffe, ihr werdet froh darüber sein, dass ihr das so geliked und retweetet habt, wenn ihr die ganze Geschichte erfahrt. Aber ja, bitte. Ihr seid klug. Ich finde das gut. Oder anders, jetzt erklärt er das nochmal für seine nicht so intelligenten Follower, sagt er, oder anders, und jetzt erklärt er das ausführlich, Proletopia kriegt es nicht hin, seine Community dafür zu sensibilisieren, dass das Heraussuchen privater Informationen ein No-Go ist, wenn er wegen eines konkreten Vorfalls darum gebeten wird. Bruder, Punkt 1. Ob ich meine Community sensibilisiere, ob ich das, ich sensibilisiere meine Community jeden Tag. Du hast deiner Community erzählt, ich sei ein Rechtspopulist. Du räufst da draußen im Internet, du versuchst die ganze Zeit meinem Ansehen zu schaden. Das tust du die ganze Zeit. Du hörst einfach nicht auf damit. Und du willst aber, nachdem du einfach monatelang meinem Ansehen schadest und die ganze Zeit mich als Trottel darstellst, kommst du her mit mir mit einer dubiosen Nachricht von wegen, hey yo, tust du jetzt das, was ich dir sage oder nicht? Und dann, wenn ich sage, nein, ich habe keine Ahnung, wovon du redest, und es interessiert mich auch überhaupt nicht, was du redest, und dann sagt er einfach so, Proletopia kriegt es nicht hin. Aber natürlich, selbstverständlich, verurteile ich das Heraussuchen privater Informationen. Natürlich, selbstverständlich, habe ich ein Problem damit, dass irgendwelche Leute, das ist scheiß Cringe, wenn Menschen draußen herumlaufen und einfach die Privatinformationen von Menschen raussuchen und versuchen einfach, die Person irgendwie der Privaten näher zu kommen. Das ist einfach, das gehört sich nicht. Das gehört sich einfach nicht. Das ist einfach lust. Das ist natürlich klar. Also ich verurteile das, sowas gehört sich nicht, sowas sollte niemand machen, klar, keine Frage. Aber jetzt pass mal auf. Ja, aber jetzt pass mal auf. Was der hier von mir will, ist einfach, dass er mir autoritär sagt, einfach, Erwin, etwas ist passiert, informiere deine Crowd. Und ich sage einfach so, was labert mich nicht an, einfach nachdem du ein Jahr nur gegen mich geschimpft hast, nachdem du einfach ein Jahr lang einfach nur Scheiße über mich redest, laberst du mich jetzt an, so mit deinem Halbbefehl, so, hey, tu das. Junge, ich weiß, du hast einen autoritären Zug, aber Brudi, ich würde sagen, das ist einfach nicht in Ordnung. Das erweckt bei mir den Eindruck, dass vorherige Appelle und Drohungen nichts anderes waren als Lippenbekenntnisse. Diesen Satz verstehe ich nicht. Ich habe absolut keine Ahnung, was das bedeutet. Ein Eindruck, dass vorherige Appelle und Drohungen nichts anderes waren als Lippen. Welche Appelle und Drohungen? Wer hat wem gedroht und Appelle was? Lippenbekenntnisse von wem? Von mir? Wem habe ich gedroht? Und an wen habe ich appelliert? Was bedeutet das überhaupt? Ich habe überhaupt keine fucking Ahnung, was das bedeutet. Aber ist egal. Auf jeden Fall ein neuer Tiefpunkt von Proletopia. Das ist ein neuer Tiefpunkt von Proletopia. Das ist doch Kindergarten, absolut, sehe ich auch so. Aber jetzt pass mal auf. Jetzt pass mal auf. Ja, jetzt pass mal auf. Das Lustige an dieser ganzen Geschichte ist, alle möglichen Leute liken das. Und pass auf, ich zeige euch jetzt die inneren Konversationen. Ich muss nur, ich muss nur kurz durchchecken, ob es in den inneren Konservationen, Konversationen, nicht irgendwelche TOS es gibt oder irgendein Bullshit. Ja, ich will das nur mal durchschauen. Dann zeige ich euch diesen weirden Scheiß, den sie sich da gegenseitig schreiben, um sich groß zu fühlen. Es ist einfach so lächerlich. Es ist so fucking unglaublich lost. Okay, es geht. Pass auf. Schaut euch das an. Minzebeere antwortet darauf, er wurde selbst schon gedoxt und handelt so? Jo, Minzebeere, wann wurde ich gedoxt? Wovon sprichst du? Was? Er wurde selber schon gedoxt und handelt so. For real? Okay. Gerade dann sollte da Null Toleranz herrschen und das angesprochen werden. Nein, diese hinterhältigen Lillys planen bestimmt wieder eine Cancellung. Was gibt es da zu canceln mit 250 Average Zuschauer? Lohnt sich gar nicht für den Lilly-Cancel-Squad? Da gibt es gerade genug andere Kandidaten. Hahaha. Das schlägt ja alles. Das schlägt ja alles. Nun, er wurde schon selbst gedoxt und handelt so. Das ist ein Punkt, den diese Lillys hier nicht verstehen. Sie sind einfach nicht kognitiv fähig, das zu verstehen. Sie checken das einfach nicht. Ja, was heißt gedoxt? Genau das werden wir jetzt besprechen. Sie checken nämlich nicht, was Doxing ist, scheinbar. Sie verstehen scheinbar nicht, was Doxing ist. Ja. Wo ist das? Hier ist das. Hier ist das. Hier ist das. Schau. Eine Person schreibt ihm, Ergo, du und Proletopia seid ein riesen Kindergarten. Er hat vollkommen recht, aber Bruder, ich bin kein Kindergarten, der ist der Kindergarten. Ich versuche das nur, seine losten Followern zu erklären. Das ist alles, warum ich das mache. Ich versuche hier Leuten etwas zu erklären. Seid schreibt man mit D, da hast du vollkommen recht. Seid der riesen Kindergarten, löscht euch einfach oder spielt Minecraft, was natürlich nicht heißt, dass die Aktion in irgendeiner Weise toleriert werden sollte. Okay. Und hier steht dann, schon stark bescheuert der Post von dir, das sind linksliberale Argumente, Beste. Entschuldige. Punkt. Dass Mitglieder seiner Community meine privaten Daten raussuchen und es nicht hinbekommt, das zu verurteilen, ist kein Kavaliersdelikt. Doxing ist actually eine Straftat. So, jetzt reden wir hier von einem Delikt, das ich begangen habe. Ja. Es ist kein Kavaliersdelikt, dass ich es nicht hinkriege, das zu verurteilen. Erstens habe ich das gerade verurteilt, aber Doxing ist actually eine Straftat. Nur, dass ihr es wisst. Doxing ist actually eine Straftat. Bruder, wenn dir jemand eine E-Mail auf eine E-Mail-Adresse schreibt, ist das kein Doxing. Brunki, das nächste Mal, wenn du über Doxing sprechen willst, bitte lies 10 Sekunden nach, was Doxing bedeutet. Das würde dir helfen. Ich habe das für dich rausgesucht. Doxing ist das internetbasierte Zusammentragen und anschließender veröffentlichen personenbezogener Daten, zumeist mit bösartigen Absicht gegenüber den Betroffenen. Zum Teil geht damit auch die Identifizierung anonymer Personen einher. Das heißt, die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten ist Doxing, Brunki. Das, was diese Person gemacht hat, ist, sie hat ihr eine E-Mail geschickt. Brunki, wenn du deine E-Mail im Internet irgendwo offenlegst, dass man sie finden kann, und dann schickt dir jemand eine Mail dorthin, dann hat er deine Privatsphäre verletzt, aber das ist kein Doxing. Aber dann ist der andere Punkt, was willst du von mir? Geh und schau dir ein YouTube-Tutorial an, wie man seine private E-Mail-Adresse nicht überall im Internet liegen lässt. Was soll ich machen? Er erwartet von mir, so geh und sensibilisiere die Leute dafür, dass sie keine E-Mails auf private Adressen schreiben. Bruder, veröffentlich deine private Adresse einfach nicht im Internet, deine private E-Mail-Adresse. Was willst du von mir jetzt? Auf jeden Fall, das ist einfach Doxing. Ja, nur, dass du dich auskennst in Zukunft, wenn du über Doxing sprichst und anderen Doxing vorwirfst und dann erklärst, wie ich eigentlich, dass ich das nicht verurteile, ist kein Kavaliersdelikt. Das ist der gleiche Pranky, nur damit wir uns verstehen hier. Ich zeige euch was. Das ist der gleiche Pranky, falls ihr nicht hier wart. Das ist nämlich vor zwei Tagen gewesen oder so. Vor zwei, drei Tagen ist das gewesen, ich weiß es nicht mehr. Ich habe das gepostet, ich habe das gezeigt, ich werde das auch nochmal zeigen. Warte, wo ist das? Ich habe es gleich, ich habe es gleich. Mann, wie viel poste ich auf Twitter? Ah, da ist es. So. Hier. Da. Könnt ihr euch daran erinnern? Pranky hat vor einer Woche oder so, ja, hat gesagt, Sarah Wagner, ist die einzige Person, bei der ich nicht traurig wäre, wenn jemand eine Peitsche nimmt und dir nach bester Kinski-Manier in die Fresse haut. Okay? Das ist der gleiche Dude, der mir etwas von Reichweitenverantwortung erklärt, von Verurteilung, von strafrelevanten Dingen, kein Kavaliersdelikt. Das ist die Person, die Gewaltfantasien hat gegenüber seiner Parteigenossin. Ja? Jemand aus Sarah Wagner's Community hat mir eine E-Mail geschrieben und sie will einfach in ihren Streams nicht sagen, dass man mich in Ruhe lassen soll. Ja. Wer würde so gestört sein, von jemandem die private E-Mail-Adresse rauszufinden und ihn dann zu schreiben und so weiter? Ja, du, schau, ich kann dir einfach, ich kann einfach, ich kann einfach nichts dazu sagen. Ja? Zwei Paar Schuhe in seinem Kopf, ja, ja, auf jeden Fall, ja. Ja, das ist einfach, das ist einfach, wenn so eine Person mir dann irgendwelche Vorträge über moralische, moralisches Richtig und moralisches Falsch hält, dann fühle ich mich ein bisschen verarscht. Ja? Vor allem ist der Typ derjenige, der mit seinem echten Namen ein Politiker bei der Linkspartei ist und auch beim Parteitag eine Rede gehalten hat unter seinen echten Namen. Der hat ein Profil auf Twitter, also von seinem echten Politiker-Twitter-Page und dann hat er auf seiner, dann hat er die Pranky-Page quasi, ja, und die waren verknüpft, die waren verknüpft, das heißt, in Pranky ist gestanden, ich bin auch Politiker und beim Politiker ist gestanden, ich bin auch Pranky. Das hat er jetzt gelöscht. Das ist jetzt nicht mehr so. Das heißt, jetzt hat er das entfernt. Auf seinem jetzigen Pranky-Profil steht da einfach nur, er ist vegan. Mehr steht da nicht. Er steht einfach, ich bin vegan. Ich bin der vegane Junge oder so. Okay? Das heißt, dieser Typ ist bei einer öffentlichen Partei. Er hat bei der Linken eine politische Position, geht in die Öffentlichkeit zum Parteitag, hält dort eine Rede unter seinem Namen und ich bin aber schuld, dass jemand in Privat-Messages schreibt. Weiters hat Pranky einen Kanal gehabt, auf Twitch, für den er nie ein Impressum gehabt hat. Soweit ich informiert bin. Ich habe noch nie ein Impressum bei ihm gesehen. Ich weiß nicht, ob jetzt dort eins ist. Aber wenn du ein Creator bist im Internet, solltest du ein Impressum haben mit deiner Geschäftsadresse genau deswegen, damit Leute nicht dich privat suchen müssen und deine Privatadresse suchen müssen. Weil ich habe auch schon Leute angeschrieben, die ich zu Interviews haben wollte und dann habe ich einfach irgendwo fucking gesucht, wie finde ich den Typen und dann habe ich einfach die E-Mail-Adressen genommen, die ich gefunden habe, damit ich die Menschen überhaupt kontaktieren kann. Es war ja keine böse Absicht dahinter, sondern einfach nur, ich schreibe ihnen so, yo, Bro, ich würde dich gerne einfach einladen zum Dings. Ich habe keine andere Adresse von dir gefunden, das tut mir leid. Ich weiß jetzt einfach nicht, ob das die offizielle Adresse ist oder nicht. Ich weiß auch nicht, ob die aktuell ist. Ich habe nur die gefunden, deswegen schreibe ich dir. Vielleicht war das bei der Person auch so, dass sie sich einfach gedacht hat, ja, wo finde ich den? Er hat keine Kontaktdaten auf seinem Dings, ich weiß nicht, wie ich den erreiche, ich schreibe ihm jetzt mal eine Mail. Und die Mail war offensichtlich nicht irgendwie eine Drohung oder nicht irgendeine Cringe-Scheiße, wo angegriffen wird und wo gesagt wird, irgendwas Negatives, irgendwas Schlimmes. Und vor allem, wenn das doch ein strafrechtlicher Verstoß ist, ja, wenn das ein strafrechtlicher Verstoß ist, dass dir jemand deine E-Mail auf dein Privatkonto schickt, Freund, dann geh zur Polizei. Was willst du von mir? Dann geh zur Polizei und sag denen, mir hat jemand deine E-Mail auf meine Privat-E-Mail geschickt, ich möchte den gerne anzeigen. Das kannst du mal der Polizei erzählen und die Polizei wird sich einfach totlachen. Die Polizei wird glauben, du trollst sie. Der Punkt ist, was willst du von mir? Ich bin fucking nicht die Polizei, Bruder. Warum kommst du zu mir? Aber ich sage dir, warum er zu mir kommt, damit er diese Twitter-Nachricht schreiben kann. Weil Pranky tut seit sehr langer Zeit nichts anderes, außer einfach jedes Mal, wenn er über mich schreibt, mich einfach permanent zu diffamieren. Das ist einfach alles, was er tut. Und das macht er jetzt hier wieder. Das ist einfach das, was er macht. Das ist einfach, was dieser Dude tut. Da, bitte. Hier, schau, was er zum Beispiel schreibt. Letzter Post zu dem Thema, das ist von vor einem Monat, zwei Monaten. Hat er gesagt, letzter Post zu dem Thema, ich habe die Entwicklung von Schwurbeltopia die letzten Monate beobachtet. Der Mann driftet gerade ab in Rechtspopulismus aller Jebsen, Schrank und Co. Ja, wer kennt das, wer kennt das nicht? Wer kennt das nicht? Wer kennt das nicht? Heiko Schrank, ich, ja, klar, Mann. Wer ihn immer noch verteidigt, entfolgt mir und haut ab, euch ist nicht mehr zu helfen. Das ist schon perfide, weil es hat Strategie. Jo, 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 der hat eine Strategie, genau das zeige ich hier auf. Er hat eine Strategie, seine Strategie ist, mich zu diffamieren. Verstehst du das? Sein Ding ist einfach, mich zu diffamieren. Und nichts anderes tut er. Und da gibt es Leute, wenn du Schwurbeltopia eintippst, dann gibt es so viele Leute, die einfach permanent über Schwurbeltopia reden. Und die sind alle aus seiner Community. Alle. Ich werde praktisch von Leuten aus seiner Community, das haben wir letztens geredet, gemobbt, digital gemobbt, ja, auch durch seine Nachrichten, ja, wo man einfach sozusagen permanenter mit seinen Nachrichten über mich und seinen Diffamierungen einfach dazu beigetragen hat, dass Leute irgendwie schlecht von mir denken und diese Leute gehen einfach die ganze Zeit auf mich los. Und dieser Typ kommt dann einfach zu mir und sagt, ja, mit mir hat jemand eine E-Mail geschickt, kannst du dich bitte darum kümmern und nämlich deinen Stream dafür nützen, dass du anderen erzählst, dass es nicht geht, Menschen E-Mails zu schreiben. Und dann sage ich, Junge, dass du überhaupt dich traust, mich anzureden, dass du überhaupt nach allem, was du gemacht hast, zu mir kommst und dann etwas verlangst von mir und so tust einfach und dann auch noch erpresst in die Richtung, dass du einfach sagst, so, ich veröffentliche das auf Twitter, ja, wie der Mod das vorgetragen hat, nach dem Gespräch, ja, und dann, und dann, und dann, und dann willst du, dass ich dir zuhöre? Junge, Junge, ja, ich habe heute, ich habe heute einen, ich habe heute einen Tweet verfasst, ich glaube, das beschreibt Pranky ziemlich gut, noch zum Abschluss möchte ich das einfach sagen, ich möchte es nur kurz sagen, weil ich glaube, das beschreibt Pranky wirklich gut, das ist nämlich das hier, das, das, ja, das hat schon was, oder? das ist von seinem Verhalten, einfach von diesem Respect My Authority, das hat was, von diesem Respect My Authority, ja, ich glaube, dass das, ich glaube, ich glaube, das ist, mehr kann ich dazu nicht sagen, ja, so, es ist einfach so, Pranky ist das Kind, das immer zum Lehrer gerannt ist, wenn er selbst mal was abbekommen hat, ja, ja, so eine Pätze einfach, es ist so eine Pätze, einfach so eine Pätze, so, so jemand, der herumläuft, und einfach die ganze Zeit nur irgendwelche Intrigen da gegen mich versucht zu organisieren und dann einfach mich die ganze Zeit schlecht redet. Wann wird Eric Cartman vorstand bei den Linken? Wenn es so weitergeht, bald, bald, ich glaube, er wird auch so total, Dings, ne? Das ist einfach, das ist einfach, ähm, so, das ist einfach nur lustig, und, äh, was hier am schlimmsten finde, und das ist auch der Punkt, warum ich darüber rede, ist einfach, dass tatsächlich diese Personen das geliked haben. ich hoffe, dass ich mit meiner Reaction den Personen, die Pranky, äh, Prankys, äh, Tweet geliked haben und sich darin ergötzt haben, dass Proletopia vollkommen lost ist und, äh, dass Proletopia wieder mal einen Tiefpunkt erreicht hat, äh, äh, und sich dann einfach gedacht haben, so, ja, äh, das ist, äh, ja, und, äh, wir müssen das retweeten und, 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 und liken, das ist auch sehr wichtig, ja. Äh, äh, diese Leute, denen würde ich irgendwie empfehlen, in Zukunft informiert euch genauer, in Zukunft versucht einfach, ein bisschen näher hinter die Kulissen zu schauen, überlegt euch einfach ein bisschen, ob es klug ist, was ihr tut, ja, so wie zum Beispiel unser Freund Rito, den kennen wir doch auch, ja, so, einer aus der KuchenTV, Twitterbubble, äh, ihr kennt euch aus, äh, sagt, ja, also Doxing aus der eigenen Community ansprechen ist natürlich nicht nötig, weil es könnte ja Fall, False Flag sein, lol, ha, 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 aber der hat sich keine 10 Sekunden übernommen, äh, genommen, um zu überlegen, ob das überhaupt Doxing war. Aber es ist ganz einfach, mir vorzuwerfen, dass ich einfach, äh, Doxing aus eigener Community nicht anspreche. Und er hat natürlich Follower, äh, die einfach, auf jeden Fall die ganze Zeit, äh, da herumlaufen und, und sagen, ja, stimmt, Doxing ist furchtbar, wie kann man nicht gegen Doxing sein? ich bin gegen Doxing, äh, ich bin natürlich 100% gegen Doxing, Doxing ist lost, bitte mach das niemals, niemand sollte das tun, das wissen wir doch, ja, ähm, da, und da schreibt er, und falls es unklar sein sollte, nein, Doxing ist es auch schon, ohne, bevor die sensiblen veröffentlicht wurden, ich denke Daten, ich denke Daten, Doxing ist es auch schon, ohne, bevor die sensiblen Daten veröffentlicht wurden, bitte zeig mir, wo das Doxing ist, das musst du mir erklären, äh, inwiefern ist das Doxing, also wenn, ohne das Daten, ich habe gerade die, die Definition vorgelesen, noch einmal, äh, internetbasierte Zusammentragen und anschließende veröffentlicht, äh, personenbezügernde Daten, jetzt kannst du natürlich sagen, dass das nur internetbasierte, basierte Zusammentragen von Daten ist, aber ich sage noch einmal, jemandem, meine E-Mail schreiben, ist kein Zusammentragen von Daten, äh, wenn du das so definieren möchtest, okay, ist in Ordnung, kannst du ja machen, ja, aber ich finde das, ich finde das, Mord ist es auch, bevor es zum Mord kam, ja voll, das nennt man, das nennt man, Pre-Crime, das wurde auch sehr gut beschrieben in diesem Film mit, äh, welcher Film war das, mit, das war doch Minority Report, oder? Minority Report hat das doch gehabt, wo es einfach diese Pre-Crimes gab und, äh, das ist einfach sowas, ja. Ja, und Rito ist überhaupt, äh, super Typ, schau mal, er wurde von einem Proletopia-Fan auf einer privaten E-Mail vollgelabert, weil wir wissen ja, dass er ein Proletopia-Fan ist, das kann man nicht, das, das glauben wir jetzt, Frankie, einfach mal, vielleicht hat er aber die E-Mail gesehen und die Person sagt, ich bin aus Proletopia, ich kann aber auch sagen, ich bin von Mars, ich kann auch sagen, ich bin Bill Gates, ich kann auch sagen, ich bin Jeff Bezos, Frage, ja, er solle mit Erwin kooperieren oder ihn in Ruhe lassen, Proletopia möchte das nicht thematisieren, weil es False Flag sein könnte, was absoluter Unsinn ist, da eine False Flag-Aktion sicher mit einer Drohung oder ähnlicher versehen worden wäre, weißt du, False Flag-Aktionen sind nur Drohungen, Bruder, aber vor allem, wenn es keine Drohung gibt, was, was pisst ihr euch so an und was geht's, dass einfach, äh, es eine Person gibt, die einfach ihren öffentlichen Namen im Raum veröffentlicht hat, als öffentlich tätiger Politiker, das Ganze veröffentlicht hat, im Netz und jetzt ist aber Erwin schuld, dass irgendein random Person ihm einfach eine E-Mail schickt, wow, äh, ein bisschen so, findest du nicht, ja, so, und dann schreibt die hier noch einmal, das Wilde daran ist, dass er selbst schon gedoxt wurde, müsste er also doch sehr gut wissen, wie sich das anfühlt, dass es nicht okay ist, ja, hier schreibt die, hier wird geschrieben, nein, wurde ja nicht, what the fuck, wann wurde ich einfach fucking gedoxt, was, ich habe mich selbst, naja, gedoxt, ich habe selber gesagt, wie ich im echten Leben heiße und so weiter, ja, ganz schön schlimmer Finger, dieser Erwin, ja, Wahnsinn, oder, ähm, du stellst dich schon an, warum nicht einfach hautkohlen, dass man ihn nicht belästigen soll, weil ich nichts damit zu tun habe, ist euch das nicht klar, muss ich das hautkohlen, dass man Leute nicht belästigt, muss ich das hautkohlen, muss ich einfach, muss ich mich einfach hinstellen und sagen, okay, meine lieben Kinder, weil ich glaube, er denkt, ihr seid meine Kinder oder so und ich bin euer Vater oder so und dann sage ich, nein Leute, ihr seid Individuen, ihr seid einfach irgendwelche Leute im Internet und ihr habt eure eigenen Hirne und wenn ihr jemandem eine E-Mail schreibt, was geht mich das an, habe ich euch gesagt, ihr sollst die E-Mail schreiben? Habe ich gesagt, ihr sollst die E-Mail schreiben? Habe ich gesagt, ich finde es okay, wenn ihr das tut? Habe ich irgendwas dazu gesagt? Nein. Weil wieso soll ich mich da reinziehen lassen? Dort, wo ich mich reinziehen lasse, ist, wenn man einfach versucht, mir öffentlich zu schaden, so wie der das hier macht, wo sie einfach diese Schmutzkampagne gegen mich führen und einfach versuchen, irgendwie zu erklären, wie lust ich doch bin und wie verdammt unfair Proletopia ist und dass Proletopia eigentlich für Toxin steht und bla 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 bla. Bullshit einfach. Was redet ihr? Seid ihr ja, wie geht es euch? Habt ihr ja zu wenig Hirn geprüstückt. Wie geht es euch? Habt ihr ja lachgesoffen, alle miteinander. So was ist los? Ja. Es ist so irgendwas. Ja. So, ich weiß nicht. Mit was kommst du als nächstes zu mir, wenn dir der Schnürsenkel reißt? Mit was willst du alles noch zu mir kommen und mich dann verurteilen öffentlich, weil ich einfach nicht für deine Anliegen einstehe? Obwohl ihr, wie gesagt, noch einmal, ich wiederhole noch einmal, seit einem Jahr keinen anderen Content habt, außer mich scheiße zu reden. Das ist so ja ganzer fucking Content. Ihr redet nur mich scheiße. Und dann kommst du zu mir und sagst, jemand hat mir eine E-Mail geschickt. Erwin, kannst du bitte für Awareness sorgen? Junge, löscht eure Accounts, verpisst euch aus dem Internet einfach. Ja. Was soll der? Scheiß. Das ist einfach irgendwas. Ja. So. Und weißt du, was ich am lustesten finde, wo ich das gesehen habe? Ja. Wo ich das gesehen habe, alles, dass das da passiert. Und dann sehe ich einfach, dass Dara wäre, wäre schon cool, wenn das aufgeklärt werden würde, sollte ein Mindestgrundkonsens sein. Retweetet Pranky und sagt einfach so, ja, wäre schon cool, wenn das aufgeklärt werden würde, sollte ein Mindestgrundkonsens sein. Und ich weiß nicht, warum mischt sich jemand in den Scheiß ein? Warum mischt sich jemand in den Scheiß ein, der nichts darüber weiß? Der absolut nichts darüber weiß? Wozu gehst du da rein und schreibst so einen Scheiß? Du hast doch keine Ahnung, um was es geht. Geht es dir um die Klicks? Willst du Klicks ernten? Was willst du? Ich gebe dir Klicks. Was willst du? Warum machst du so einen Scheiß? Wie lost kann man sein einfach? Unglaublich. Unglaublich. So, wo man da steht und sich einfach denkt, what the fuck? Ist das ein Witz? Es ist ein Witz. Weißt du? Es geht ihnen darum, dich zu diskreditieren. Ja, 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 ja. Ich weiß, ich heiße dich einfach. Ich weiß, ich weiß. Das ist mir vollkommen klar. Ja. Das ist mir vollkommen klar, Mann. Das ist mir vollkommen klar. Ja. Es ist einfach lost, was diese Leute da draußen aufhören. Mir gegenüber. Wie sehr sie damit bemüht sind, alle miteinander. Einfach mich schlecht zu reden und mich schlecht dastehen zu lassen. Es ist einfach unpackbar. Es ist einfach, man schaut sich das an und denkt sich einfach, was für ein loster Verein, eh. Weißt du? Was für ein loster fucking Verein, eh. Ja. Bitte, Leute, schreibt niemals wieder eine E-Mail in eurem Leben. Schreibt niemals wieder eine E-Mail in eurem Leben. Habt's Awareness. Habt's Awareness. Ja. Und am Pranky gebe ich den Tipp, Freund, veröffentliche deine öffentliche Adresse nicht, wenn du nicht, also deine private Adresse, wenn du nicht willst, dass man draufschreibt, weil ich weiß nicht, wie die Person draufgekommen ist. Das wäre mein Tipp. Kübra dich darum, wie du dich ein bisschen anonymer gestalten kannst, wenn du das nicht magst. Punkt eins. Punkt zwei, ich empfehle dir, wenn es passieren sollte, dass du trotzdem so eine E-Mail bekommst, ich bekomme solche E-Mails auch immer wieder. Auch übrigens aus eurer Community kriege ich Nachrichten die ganze Zeit, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, du kannst das einfach in Spam-Ordner schieben. Es gibt diese Option, du nimmst das und sagst einfach, das ist Spam. Und in Zukunft kriegst du keine Nachrichten mehr von dieser Person. Es ist very easy. Okay, Google hat das schon alles geregelt. Oder ich weiß nicht, ob du deine Adresse auf Google hast oder wo, aber in den meisten Anbietern gibt es einfach eine Oberfläche, die dir erlaubt zu sagen, das ist Spam. Okay? Und der dritte Punkt ist, ich bin nicht deine Sekretärin und ich bin nicht dein Sprachrohr für deine Überlegungen und deine Ansichten und für deine Wünsche. Du kannst nicht einfach, nach allem, was du mir gegenüber getan hast und gesagt hast und wie du dich übernommen hast und wie du Leute gegen mich einfach da aufgestachelt hast, kannst du nicht einfach herkommen und einfach zu mir sagen, hey Junge, ich will einfach, dass du jetzt das und das sagst und wenn du das einfach nicht sagst, dann veröffentliche ich das auf Twitter und stelle dich als schlecht dar. Das ist Pranky. Für alle, die hergekommen sind, um zu sehen, was mit Pranky ist und Pranky kennenzulernen, das Leute ist Pranky. Ja? Oh nice! Das habe ich gehofft zu sehen. Sehr gut. Gerade ist eine Sache hier reingekommen, nämlich, ich wurde gerade gemeldet auf Twitch. Man hat versucht, eine Meldung, also man hat nicht versucht, man hat eine Meldung über Twitch gemacht und ich muss euch mitteilen, die Meldung war nicht successful. Ich glaube, die Leute, die das überprüft haben, haben sich gerade einfach gedacht, nee, das ist keine, das ist keine, kein Problem, seine Meinung zu sagen im Internet, auch wenn sie nicht deiner entspricht. Nur, ich würde nur sagen, nur damit es einfach vollkommen klar ist, ja, ich, 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 warte, ich schicke mir das selbst, ich zeige euch das. Okay? Weil, falls ihr mir nicht glaubt, dass ich gemeldet wurde, gerade während ich geredet habe, die ist jetzt gekommen, die Mail, ich wusste es, deswegen habe ich mein Handy in die Hand genommen. Ich wusste, dass die Mail gerade kommen wird von, dass sie mich melden werden. Das war mir vollkommen klar. Weil diese Leute können nichts anderes tun, außer zu versuchen, Streamer zu canceln, wenn sie nicht ihrer Meinung sind. Das ist alles, was sie können. Dann laufen sie einfach zum Herrn Lehrer und dann sagen sie zum Herrn Lehrer, Herr Lehrer, Herr Lehrer, er hat ein böses Wort gesagt, können Sie ihn bitte in die Ecke schicken, wo er den Eselshut trägt. Ist das möglich, Herr Lehrer? Können Sie das machen? Ja? Ich, ich, ich schicke mir das selbst, damit ich euch das einfach nur zeigen kann. Ich, ich will gerne, dass ihr das seht, dass ihr nicht denkt, ich habe das gerade erfunden. Okay? Ich, ich möchte das nur, ich glaube, dass das wichtig ist. Da ist sie schon. Sehr gut. Gebt mir nur eine Sekunde, dass ich das einstelle. Hier. So sieht das aus. Ja. Hier. Da steht der Date. Hier steht, Pranky macht sich lächerlich. Das ist mein Stream. Das ist gerade gekommen. Bitte. Hier ist die Meldung. Ja. Ich zeige sie nur, normalerweise zeige ich solche Meldungen nicht, aber ich zeige sie einfach nur deswegen, um zu zeigen, wie hier gespielt wird, um was es hier geht. Es geht einfach nur darum, wie hier verfahren wird, was hier gemacht wird und auf welchem Level diese Leute sind. Ja? Das ist einfach der Punkt. Das ist einfach, wer diese Leute sind. Echt Respekt, dass du da noch so ruhig bleibst. Das geht echt langsam, echt in eine krasse Richtung und hat die Grenze zum Cybermobbing langsam überschritten. Die Frage ist, ich habe mich jetzt, glaube ich, von E-Mails distanziert, aber haben diese Leute sich vom Mobbing schon distanziert? Ich weiß nichts darüber. Ich glaube, dass diese, ja, dass diese Leute irgendwie selber sich nicht distanziert haben vom Mobbing, sondern dass sie actually gut finden, Leute runter zu mobben, von Plattformen, Leute überhaupt zu mobben, Leuten zu erklären und Lügen zu erzählen über diese Leute, Leute aufzubringen gegen Menschen, Leuten zu erklären, sehr einseitig, aber das ist alles kein Problem, das kann man ja alles machen. Das, was mir wirklich weh tut, ist, dass es da draußen Menschen gibt, die darauf reinfallen. Ja? Das ist das, das ist das, was wirklich weh tut. Dass ich einfach Menschen draußen sehe, die sagen, oh ja, mein Gott, und einfach so leichtgläubig sind, dass man ihnen alles erzählen kann und sie einfach immer darauf reinfallen und sie einfach so das liken und einfach sagen, ja, 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 klar. Na, es wurde uns doch gezeigt. Es steht doch alles schwarz auf weiß. Wer es verfasst hat, wer es warum gemacht hat, aber das wird nicht berücksichtigt. Aber das sind ja die gleichen Leute, von denen ich mich ja getrennt habe oder sie von mir, wie auch immer, beidseitig, weil sie nicht fähig sind, Nachrichten zu lesen und weil sie nicht fähig sind, einfach in die Nachrichtenlandschaft rauszuschauen und zum Beispiel einen Lanz zu sehen und sich einfach zu denken, was ist einfach mit diesen Leuten da draußen los? Was macht Lanz hier? Das können sie nicht, sondern Erwin ist ein Schwurbler, wenn er Lanz kritisiert. Das sind diese Leute. Sie sind einfach sehr leicht, glaube ich. Es gibt diese Autoritätspersonen und wenn die ihnen irgendeinen Scheiß sagen, dann glauben sie, das ist einfach blind. Aber hey, dafür gibt es meinen Kanal. Ich kläre darüber auf. Hey, eine Sache würde mich interessieren noch. Nämlich, diese Meldung, die gerade bei Twitch eingedödelt ist. Pranky, sei doch bitte ehrlich, kam die von dir Pranky? Bitte Pranky, wenn du mir noch eine Nachricht schicken könntest, ich wäre wirklich froh und dankbar, schreib mir doch bitte, ob du das warst. Das würde mich sehr interessieren. Aber bitte sei ehrlich. Ich weiß, ich kann das niemals von dir erwarten, ehrlich zu sein. Es ist einfach unmöglich, Ding der Unmöglichkeit. Aber ich würde es wirklich gerne wissen. Hast du den Mut zu gestehen, wenn du es wirklich warst? Dankeschön, ich distanziere mich von allen E-Mails. Ja. War bestimmt einer aus seiner Community? Nein, das waren bestimmt Leute aus meiner Community. Meine Community meldet mich selbst, nicht seine. Also ja, ich kann nur sagen, Pranky, falls du dich wieder mal lächerlich machen möchtest, kannst du das gerne machen. Ich bin gut darin, Content daraus zu machen und ich werde einfach das weiter fortsetzen, weil das macht echt schon viel Spaß. impatung und Atlass. Ciao, hier. Sch splendor ist noch .